Herzlich willkommen bei der AboStorage Distribution AG. AboStorage ist ein schweizweit tätiger Distributor für Datenmanagementlösungen im Archiv, Backup und Online-Storage-Umfeld. Unsere Büros befinden sich in Gladbruck bei Zürich, Carly bei Genf und NovaZaro im Tessin. Wir sind ein POD, ein projektorientierter Distributor mit mehrjähriger Erfahrung und Spezialisierung auf Kundenprojekte in den Bereichen Archiv, Backup und Online-Storage. In der Schweiz sind wir NetApp-Distributor der ersten Stunde. Im Weiteren führen wir Produkte von Comvault und Syncsort in unserem Portfolio. Unsere Dienstleistungen sind Beratung, Schulung und die Entwicklung von Lösungen, welche wir unseren Kunden kostenlos zur Verfügung stellen. Wir unterstützen Reseller von der Offertstellung bis zur Endabnahme beim Endkunden. Als Infrastrukturspezialist mit Produkten der Firma NetApp liefern und erarbeiten wir individuelle IT-Lösungen im Bereich zentralem und virtuellem Datenspeicher für SHN und LAS. Unsere technisch orientierten und bestens qualifizierten Verkaufsberater unterstützen Sie bei maßgeschneiderten Datenmanagementlösungen. Dieses Unified Storage Konzept bieten wir Kunden in der Schweiz, Liechtenstein und im grenznahen Ausland an. Unseren Kunden und Partnern stehen Trainings- und Schulungsräume zur Verfügung, in welchen wir für Verkauf und technisches Kundenpersonal regelmäßig Aus- und Weiterbildung anbieten. Die Abo verfügt auch über ein eigenes technisches Briefing-Center, TBC, in welchem gezielt Kunden Schulungen über IT-Lösungen stattfinden. Parkplätze sind vorhanden. Die gute Anbindung zu öffentlichen Verkehrsmitteln wie S-Bahn und Tram ist gegeben. Unseren Kunden stellen wir Leih-, Demo- und Testsysteme zur Verfügung. Das Abo-Team zeichnet sich durch hervorragendes Fachwissen und langjährige Erfahrung aus. Verbindungen sowohl zu Lieferanten als auch zu Wiederverkäufern werden intensiv gepflegt. Unser eigener Service hilft Ihnen gerne im Pre- und Post-Sales-Bereich, um Ihre Projekte erfolgreich umzusetzen. Abo Storage. Unsere Erfahrung. Ihr Gewinn.